Was ist die Mission der Kirche? Und Beziehung zur Schöpfung. Es gibt Umweltverschmutzungen, Tankerunglücke, ganz traube Sachen. Und Jesus ist gekommen, für alle vier Beziehungen ganzheitlich wiederherzustellen. Beziehung zu Gott, der Lösung. Beziehung zu den Mitmenschen, dass wir im Frieden zusammenleben können. Und Beziehung zu sich selber, dass wir in einer gesunden Identität in ihm wachsen können. Und natürlich Beziehung zur Umwelt, dass wir mit der Schöpfung entsprechend umgehen können. Das Konzept ist nichts Neues, dass die Mission so ganzheitlich ist. Zum Beispiel in der Lausanner Bewegung wird die Bibel zitiert, die Erde ist das Herr und was darin ist. Wenn also die Erde und die Schöpfung Gott gehört, dann ist es ein Ausdruck von ihm Ehren, dass wir Sorge dazu haben. Von der Frau, die Erde ist das Herr und was darin ist. Vielen Dank.